Hier ist der kleine gestromte Mann, den wir schon von den Bildern her kennen, der mit der Biegelhündin gesessen ist. Sie ist noch bei der Paula geblieben und sie hat ihn mir gebracht. Er ist wirklich entzückend, also maximal 40 Zentimeter hoch. Ein freundlicher, gestromter kleiner Bub, der verträglich ist. Jetzt mit einer etwas ängstlicheren Hündin hier sitzt, der ein bisschen Mut gibt. Ich weiß leider nicht mehr, wie ich ihn genannt habe, den Kleinen. Hey, Gutschala! Ein entzückender, fröhlicher, unkomplizierter kleiner Hund ist das. Also bitte, bitte vortreten, wer so etwas Nettes möchte, was Gestreiftes. Hast du gestreift?